Mario von Dynasty Fun hat er mir geschrieben. Er hat eine kleine Überraschung für mich. Dürfte ich vier Wochen lang ausprobieren. Er hat mir aber nicht gesagt, was es ist. Ich kann es mir aber denken. So, dann schauen wir mal rein. Zwing Felgen? Ja. Alter, haben die ein Profil. Ach du Scheiße. Wenn die nicht mal schick aussehen. Jet Wheels. Made in UK. Die Antriebsriemen haben bei mir ca. 800 km lang gehalten. Da habe ich die das erste Mal getauscht. Ich habe mich wirklich überrascht. Ich hatte mit weitaus weniger gerechnet. Weil die Dinger waren bei mir wirklich im harten Einsatz. Dad sehen wir uns. Gleich CTF im Dinger 4. Barsch. Ich verscheide den Dinger. Forte Geburt. Wir sollten die Ecken von der Regel essen halten. Und dann haben wir keine Anzeige von Gott zu Hause. Hotteln. Wenn man sich hier den Weg tun hat. Hotteln. 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 Einfach nur krass. 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 Einfach nur krass.